Hallo, ich bin Robert Behrendt, Koordinator des Berliner Jugendforums und habe eine Session angeboten zum Thema Digitale Schwelle, Herausforderung der Online-Beteiligung beim Berliner Jugendforum. Es sollte nicht so pessimistisch klingen, wie es dann war, sondern sollte die Leute sensibilisieren für eine Veranstaltung, die schon ein bisschen Geschichte hat und die Geschichte war vor Web 2.0 und jetzt ist natürlich die Anforderung auch ans Jugendforum, eine E-Partizipation zu bewährleisten und entsprechend muss man überlegen, wie man bei einem tradierten Format das hinbekommt. Dafür hatte ich die Session, die war sehr cool, es kamen ein paar sehr gute Ideen, die auch vor allen Dingen niedrigschwellig waren, weil die Herausforderung bleibt, ein inklusives Format auch inklusiv zu halten und nicht Leute zu exkludieren, die keinen Zugang haben zur E-Partizipation. Dankbar bin ich auf jeden Fall für die Beiträge von allen Leuten in der Session. Vielen Dank und ja, auf ein tolles Jugendforum, 30. November, wa?